Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3 und hier sind wir zufälligerweise auf ein Relikt gestoßen sehr nice und nochmal vier Kisten und eine rote Kiste sehr schön viel viel wert diese roten 300 wieder so eine müsste da unten irgendwo sein und der Rest müsste eigentlich hier unten liegen so da ist okay da ist eine so da komme ich noch nicht runter jetzt aber ist hier noch irgendwas in dieser Höhle oder was das sein soll aber cool dass wir das nur gefunden haben doch noch wo ist die andere Kiste hier sehr gut ich wurde gerade geportet lol alter machen wir dieses jetboot ding noch weil wir eh gerade hier sind wenn ich eh aus der Höhle raus will deswegen oh gott das das erinnert mich an Wii Sports durch diese Höhlen mit dem Jetboot Alter wie geil oh mein Gott natürlich ja was soll ich denn machen oder oder What the fuck, Alter? Ich habe doch genug Speed gehabt, um darüber zu sliden. Aber nein, Spielscheiß-Scheiß-Kack-Steuerung von der PS3 sagt nein. Genau so sagt ihr das. Nein. Boah, jetzt habe ich wieder drei Sekunden verloren. Ah, Mann. Das war so geil, dieses Jetboot-Dings hier. Aber jetzt ist es wieder scheiße. Ja, flieg auf die Brücke. Kein Problem. Hallo. Hä? Warum hört der einfach auf? Hallo? Ich drücke hier R1, damit der Höhne einfach aufzufahren. Alter, diese Dreckssteuerung von diesem Scheiß-Drecksboot. Oh, das müsste die letzte Fackel sein. Scheiß-Dingchen hier. Da. Da. Übergebe, gescheitert? Willst du mich komplett verarschen? Was? Was soll ich denn dazu sagen? Warum muss ich das denn jetzt neu machen? Alter, Jubelshoft. Ihr könnt euch mal so eure Köpfe in eure Hintern stecken. Dann habt ihr mehr Licht als... Da habt ihr mehr Licht als... Natürlich dampft mein Boot jetzt hier. W-T-F. W-T-F. Dafür wird der Typ da sterben. So. Hä? Da hast du deine Scheiß-Übergabe in deinen Arsch, ey. Alter, was für eine Dreckskacke. Geh nicht von meiner Kiste hier, Schwein. Geht das hier einfach mal in die Kiste, ey. Aber was zum fucking Shit war das denn? Was war das? Ich bin hier irgendwo in einer sehr grossen City. Ich lass die Kisten mal tatsächlich da liegen. Äh. Weil ich glaub, wir müssen nochmal hierhin später. Ich wollte jetzt eigentlich drei von diesen Kack-Türmen machen. Am 12. Was ist das denn für'n Scheiß? Ja, dann kann ich jetzt knicken, dass ich drei mache. Also zwei kann ich schaffen. Aber drei wird schwierig. Toll. Oh, dieses scheiß Lack beim Speichern-Dinge. So, wo ist die Kiste denn? Die ist irgendwo oben, ne? Ja, ja. So, gibt's hier irgendwo ein Auto? Nee, warum soll's auch ein Auto hier geben? Ja, natürlich. Lieber zum Fuß laufen. Das ist doch schön. Wenn ich noch mit Zeit verliere. Äh, das Spiel, ähm... Zumindest auf der PS3. Äh. Ich kann jetzt nur hoffen, dass ich irgendwo... Oh, ein Auto. Gib mir ein Auto. Gib mir ein Auto. Warum immer hier ein Auto steht und nicht da hinten bei dem... Lager. Hm? So. Ist mir egal. Ich weiß, da war ein Relikt. Und die Übergabemission. Aber scheiß drauf. Zwei Hunde. Drei. Vier Hunde. Ich könnte die alle auf einen Pott locken. Und die alle mit einer Granate hochgehen lassen. Und ganz ehrlich... Ich glaub, das mach ich sogar. Ähm... Ähm... Das sind... Sechs... Hunde? Wenn ich die alle gelockt bekomme... Dann müsste ich als erstes ein C4 werfen. Weil C4 ist einfacher. Und das fünfwój gelockt. phi aus. Okay. Jawel. Und jetzt muss ich... So. Ja. Und jetzt muss ich... So. So, das waren vier Hunde schon mal. Mann, kannst du da hochgehen? Alter. So, Hunde down. Der Rest muss warten. So, Hunde down. 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 Ah, hier steht, Hunde down. So, Hunde down. Hunde down. So, 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 Hunde down. Das ist wieder so ein Scharfschützen-Ding, ne? Naja. Was schön ist, du kannst einfach easy wegsnacken. Ich habe einen Headshot gemacht. Hm. Aber, da war eine Alpha-Wall. Und ich konnte ihn nicht treffen. So, why the fuck einfach. Warum, warum war ich mir denn überhaupt die Mühe, irgendwas silent zu erledigen, wenn es sowieso einfach ignoriert wird alles. Also, ganz ehrlich, also, was, was, was bringt mir denn dann noch, irgendwas silent zu machen, wenn das Spiel sagt, nee, du darfst nicht. Ich lasse dich einfach nicht treffen, Mami. So. So. Haben wir es jetzt? So. Ja, genau. Hat die sich gerade in mein Auto gesnackt? Ja, das ist mein Auto gesnackt. Die hätten mir fast das alles ruiniert. Diese blöden Pisse. Und gönnen sich dann auch noch mein Auto? So. Eih, euch hackt's wohl, ey. So. Okay. Dann können wir eigentlich schon mal hierhin fahren. Weil das machen wir in der nächsten Folge. Deswegen, ja, würde ich sagen. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da-da-da-da-da-da. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ah, schön. Hat ja gut funktioniert. Ach so, ich sollte die Folge bennen, ne? Äh, ja. Bist du...